Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Dies ist noch nicht der Beginn der neuen Staffel mit unseren La Tour de Pans, sondern mal ein gesondertes Video, in dem ich über den Tellerrand hinaus schauen möchte, auf Europa und den Rest der Welt im Jahre 963. Denn das geht so ein bisschen immer unter, weil wir uns natürlich auf die ganz vielen Absonderlichkeiten, Geschichten, Ereignisse, Pläne unserer Herrscher konzentrieren. Also schauen wir mal, was sonst so los ist. Und ich denke, wir beginnen mal mit den fränkischen Reichen, also mit den Karolingern vor allem. Und davon gibt es fünf. Akitanien, Burgund, Westfranken, Lothringen und das Ostfrankenreich. Definitiv das mächtigste Reich und die Hauptdynastie. Ihr seht es hier, die Karlings. Das mächtigste Reich, König Joffrey von Akitanien. Ein französischer Katholik, der hier über 7000 Männer vereinigt. Das sind immer Zahlen mit Verbündeten, aber das ist ja durchaus relevant. Tja, ansonsten talentierter Diplomat. Er ist ein Trunkenbeutel und reizbar. Das macht ihn sympathisch für unseren Herrscher und hat keine besonders mächtigen Bündnisse. Ist aber auch sich selbst heraus sehr, sehr mächtig. Und die dominierende Figur mit 32 hier. Im Übrigen, Akitanien hat Besitztümer in Italien, ihr seht es, hat Besitztümer auch hier in Iberien und besitzt das Königreich Friesland. Das wird allerdings im Erbfall, das dauert allerdings noch, er ist 32, vermutlich zu einer Teilung führen. Er hat hier zwei Söhne. Der zweite Sohn, wenn er dann überlebt, wird König von Friesland werden. Ja, dann haben wir, ja was ist das zweitmächtigste? Ich glaube, die anderen nehmen sich alle nicht so richtig. Wir haben das Westfrankenreich und der König Aldrich. Auch ein Franzose, auch durchaus sehr talentiert. Allerdings schon 56. Ja, der aber natürlich selbst nicht so mächtig ist, hat selbst nur eine Grafschaft. Das ist hier in Akitanien ganz anders, ihr seht es. Das ist auch immer, wie ich finde, ein Zeichen für Macht, wenn man viele Domänen selbst besitzt. Er könnte zehn Domänen verwalten, hat aber nur eine. Ja, auch ein Ehebrecher. Gut, wen haben wir noch? Wir haben den Lothringer, König Kloter, den Fünften, der ja zum Rheinländer geworden ist, hat einen Kulturwechsel hingelegt. Achso, das ist übrigens Karling Turin, hier Karling Diekirch. Auch nicht besonders machtvoll, 52 Jahre schon alt, aber sie können alle was. Auch eher ein ganz guter Verwalter. Dann haben wir König Charles IV., das ist der, glaube ich, von dem sich unser König, nee, der Vater unseres Königs unabhängig gemacht hat. Der König von Burgund, sehr machtlos, hat ein paar interne Verbündete. In Wessex hat er auch noch einen Bündnispartner. Ja, aber scheint sich noch einigermaßen zu halten mit 48. Auch er nur eine Grafschaft. Ich bin gespannt, wann die Karlinger in den anderen Königreichen hier nach und nach ihre Macht verlieren werden. Und dann haben wir das zwar große Reich, aber mit einem auch nicht so machtvollen König, das Ostfrankenreich. Auch ein Karlinger, das Haus heißt Karling Münchsmünster. Immerhin, er hat zwei Grafschaften und der Kontrolle König Wilhelm, 46 Jahre alt, ein religiöser Eiferer ist er. Der allerdings hat sogar ein Bündnis mit uns selbst. Ah ja, alles klar. Gut. Ja, da ist wenig Spektakuläres zu berichten. Ich sehe gerade, der hat keine Kinder, das ist interessant. Das würde an seine Schwester gehen, Prinzessin Margarete. Prinzessin Margarete ist verheiratet. Und auch mit einem Karling könnte sein, wenn die Kinder haben, na die haben auch, na doch, Jürgen. Dann könnte es zumindest das Haus wechseln, aber nicht die Dynastie. Ja, soweit hier zu den Frankenreichen. Dann schauen wir mal auf die britischen Inseln. Da hat sich noch keine irgendwie dominierende, zentrale Macht herausgestellt. Wessex ist zwar stark hier mit über 5000 Männern. Bearfreeth, Angelsachse. Aber es gibt ebenso starke Reiche hier noch. Zum Beispiel die Wikinger-Reiche sind ziemlich stark. Auch hier 5400 Mann zur Verfügung. Alba selbst, nicht ganz so stark. Aber niemand kann sich hier so richtig durchsetzen. Zu erwähnen ist vielleicht noch die Bretagne, die ein nordisches, aber katholisches Reich ist, die hier Besitztümer in Irland hat. Aber es gibt tatsächlich auch noch nicht christliche Wikinger. Wie sehen Sie hier? Ja, dann, wo wir schon beim Thema sind, gucken wir mal nach Skandinavien. Auch dort keine Königsmacht, die sich bisher durchgesetzt hat. Die, also hier auch noch nicht der Katholizismus eingeführt. Auch das noch die alten germanischen Götter, die hier angebetet werden. Das mächtigste Reich ist tatsächlich das hier. Die Dynastie Jute, Jüland, dänische Wikinger. Aber ansonsten haben wir hier die üblichen Reiche. Auch da würde ich sagen, nicht so viel Besonderes zu berichten. Die Hedis sind einigermaßen stark. Und hier oben sind es dann die, ja, die, wie heißen sie, die samischen Völker, so nenne ich sie jetzt mal, die auch noch unbehelligt dort leben. Dann ein Blick vielleicht auf das Slawentum, das sich, ich weiß nicht, ich habe sogar das Gefühl, das sich tendenziell ein bisschen ausbreitet. Die sind ziemlich stark, die haben sich wirklich starke slawische Reiche gegründet, wenn auch noch kein Königreich. Die werden aber Bestand haben. Also das Ostfrankenreich oder auch Bayern, das ich jetzt eben nicht erwähnt hatte, das Königreich Bayern. Die sind nicht so schlag wie diese. Wir haben hier Lusatia mit fast 5000 Mann. Wir haben ein Häuptlingstum Polonia mit 3000 Mann. Also das ist schon große Reiche. Masowien ist allerdings videlistisch und litauisch. Aber Kujawien ist auch sowjetskarnisch mit auch fast 3000 Mann. Ich bin gespannt, wie lange diese noch Bestand haben werden. So, dann haben wir Italien. Italien ist weiter zersplittert. Hier hat sich kein neues Königreich gegründet. Ihr erinnert euch, das wurde ja aufgelöst. Da gab es, glaube ich, so eine Fraktion, die zu dieser Unabhängigkeit geführt hat. Insofern gibt es auch keine dominierende Macht. Zu erwähnen ist, wie gesagt, Akitanien hier mit Besitztümern. Dann ein muslimisches Reich Afrika hier mit Besitztümern. Und Byzanz mit entsprechenden Besitztümern. Alle anderen sind selbstständig und eher kleiner. Wir haben das Königreich Große Meeren. Von slowenischer Kultur. Katholisch ein Großreich, das sich, also ein Königreich ist es, das hier Bestand hat. Das ist durchaus, fällt das auch gerne mal auseinander. Weil es, glaube ich, die Jura, auch das Königreich Böhmen umfasst. Das könnte eigentlich durch Bundteilung gebildet werden. Aber dieser König hat nur einen Sohn. Insofern wird er das vermutlich einheitlich vermachen. Ja, mal sehen. Also hier sehe ich eher so eine Erbteilung als die Gefährdung. Dann haben wir die Magiaren, die nach wie vor auch magiarisch sind. Und die hier Ungarn besitzen. Allerdings scheint es intern großartige Streitigkeiten zu geben. Also diese Kriege sind hier im Wesentlichen interne Kriege. Und sie sind auch nicht sonderlich machtvoll. Vermutlich, weil sich die Stammesfürsten hier alle nicht gegenseitig verstehen. Und ich glaube, die Macht dieser Stämme bezieht sich vor allem auch auf die guten Beziehungen eigentlich untereinander. Dann sind sie mächtig. Das ist in Ungarn nicht der Fall. Ja, wir haben ja ein größeres Reich Ruthenien, was zu erwähnen ist. Ein russisches Reich. Und was sich interessanterweise hier durchgesetzt hat in Osteuropa, ist ein jüdischer Glaube, der Kusarismus. Den finden wir hier relativ weit verbreitet. Auch in dem Reich Schasaria. Ganz spannend. Das ist ein Kaganat. Okay, gut. Ja, zu Byzanz. Das sieht mächtig aus. Ist es aber nicht wirklich. Ist jetzt auch in Kleinkriege verwickelt. Die es teilweise gewinnen wird, teilweise verliert. Da ist aber nichts Großes jetzt an Änderungen zu erwarten. Aber das byzantinische Kaiserreich hat, wenn es so schwach bleibt, vor allem einen großen Gegner, vermute ich, das arabische Reich. Denn das ist das mächtigste muslimische Reich. Und der Kalif Muzaffar II., 27 Jahre alt, 13.000 Mann aus eigener Kraft. Das ist schon mal eine Ansage. Und vermutlich dann das mächtigste Reich überhaupt jetzt hier der Welt derzeit. Die Muslime sind ansonsten hier in weitere Sultanate und Kalifate aufgeteilt. Die Tuliniden auch sehr mächtig mit 6.000 eigenen Männern. Afrika, die Idrisiden. Ja, und in Iberien kennen wir ja hier Malik Mundir von den Umayyaden. Relativ mächtig, aber Gott sei Dank nicht zu übermächtig. Er führt hier ein paar Kleinkriege, die er vermutlich am Ende auch gewinnen wird. So, ich würde mal sagen, das war es dann auch schon. Interessante Entwicklung hier und da, aber keine jetzt irgendwie übermäßig spektakuläre. Darunter auch kein übermäßig spektakulärer König dabei. Aber gut, man übersieht natürlich auch einiges. Wir werden das in gewisser Regelmäßigkeit wieder tun. Und dann freue ich mich auf den Fortgang der Geschichte mit unseren Latour de Punks. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen. Das war es dann auch schon. Ganz schön. Ja, und drüben ich auch? Vielen Dank.